Herzlich Willkommen zur Greatest 5 Euro Überraschung Show und ganz, ganz viel Spaß! Jetzt gibt's eine Stunde lang Schnäppchen, die 5 Euro Megashow is about to happen. Es fängt jetzt an und ich würde einfach sagen, wir buzzeln einfach mal los, ich bin ganz aufgeregt, wir wissen nicht was dran kommt, deswegen wollen wir jetzt mal zusammen gucken, oder? Ja, machen wir mal, oder? Rot wie die Liebe! Was hört sich noch was an? Das hört sich nach Keramik an, Besteck? Nee, komplett raus. Da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 sind Solar-LED-Dachrinnenleuchten, wow, das ist cool, das ist perfekt. Und wir beginnen mit Schwarz und das ist was ganz Besonderes, denn hier haben wir komfortable Beleuchtung für Terrasse, Balkon, Einfahrt, Gartenweg, denn das sind Solarleuchten und die spenden bei Dunkelheit automatisch angenehmes Licht und sorgt für mehr Sicherheit rund ums Haus und vor allem sie sind überall schnell angebracht, denn mit der praktischen Klemmhalterung befestigen sie die clevere Leuchte im Handumdrehen an der Dachrinne, am Gartenzaun, Fahrradschuppen oder Carport. Und man hat hier eben keine lästigen Kabel und keine umständliche Installation, denn über das Solarpanel lädt sich der austauschbare Akku tagsüber auf und bei Dunkelheit schaltet sich die Leuchte automatisch ein und spendet dann acht Stunden Licht. Wow, aber weißt du wie cool das ist und wie cool das vor allen Dingen aussieht, wenn man so mehrere an der Dachrinne befestigt. A sieht es total hochwertig aus, es sieht aus wie a Million Dollars und dann hast du natürlich auch hier immer wenn es dann dämmert, zack, wird dann dieses gespeicherte Energie hier über das Solarpanel übertragen auf die LEDs und dann hat man einen richtig schön beleuchteten Weg und alle möglichen Stolperfallen werden damit eliminiert. Sie kennen die bestimmt tagsüber, sehen die die immer so, ach da ist wieder hier diese eine Wurzel oder die eine Platte, die ein bisschen schief liegt und hiermit kann man dann besser sehen und es sieht natürlich richtig toll aus, toll vom Design auch finde ich, richtig schön konzipiert und einfach anzubringen ist auch noch so ein wichtiger Punkt, weil wer will schon auch noch Kabel verstauen und dann womöglich auch noch Batterien nachkaufen, all das ist hiermit nicht nötig, es ist einfach genial für fünf Euro. Wahnsinn, fünf Euro, greifen Sie da ruhig bis zu fünfmal zu, das dürfen Sie ja, dann kann man die komplette Dachrinne beleuchten rund ums Haus, also das macht natürlich Sinn, vor allem Sie haben keine Folgekosten, das ist ja das Besondere, die Bestellnummer für unsere schwarze Dachrinnenleuchte ist die NX 5701 und die 569, seien Sie schnell, denn man muss sich hier um nichts mehr kümmern, das wird mit so einer Stellschraube festgemacht, da brauchen Sie auch kein Werkzeug, Sie brauchen keine Kabel, Sie brauchen keinen Installateur, Sie brauchen nur die Bestellnummer NX 5701 und die 569 und damit ist alles rund ums Haus ausgeleuchtet, auch mal so Stolper fallen und Sie sehen natürlich auch den Hauseingang, Schlüsselloch, wenn man abends von der Arbeit kommt. Wir haben das Ganze auch noch in Weiß, finde ich auch sehr, sehr schön. Wow! Ja, auch sieht sehr, sehr elegant aus. Das Schwarze hat mich jetzt schon richtig fasziniert, aber das ist ja Geschmackssache. Das Wichtige ist, dass wir das Ihnen anbieten können zu dem kleinen Preis, die Farbe, die richtige, die suchen Sie sich dann einfach aus, ob jetzt schwarz oder weiß. Ja, es kommt ja dann auch aufs Haus drauf an, aufs Dach, bei mir würde ich wahrscheinlich tatsächlich zur Weißen tendieren, obwohl schwarz würde auch gut aussehen, das ist wirklich so Geschmackssache. Aber schauen Sie mal, wir haben hier das Monokristalline Solarpanel, tolle Qualität natürlich und dann haben wir hier, wow, richtig helles Licht eben, diese sechs LEDs, die richtig schön strahlen auch, so eine richtig schöne, schauen Sie mal, wie weit die auseinander so strahlen und das geht jeden Tag immer schön an, wenn es eben dämmert. Somit haben Sie Sicherheit, Sie haben Ruhe, Sie brauchen keine, ja, keine Batterien kaufen oder lästige Kabel verstauen. Wer kennt das nicht? Also ich habe auch diese Stolperfallen und immer wenn es dunkel ist, geht man unsicherer und dann passiert es ja auch mal schnell, dass man stolpert. Das ist alles unnötig, weil hiermit, das sieht toll aus, schön auch, ne, um das Haus aufzuwerten, aber eben um die ganzen Fallen zu eliminieren. NX5584 und die 569 ist die Bestellnummer. Die sind übrigens auch Spritzwasser geschützt, also die sind ja für den Außenbereich gemacht. Wenn Sie sich jetzt nicht entscheiden können, kleiner Tipp, greifen Sie mehrfach zu bei Schwarz und Weiß und Sie dürfen ja pro Farbe bis zu fünf Mal bestellen. Das ist Qualität von Lunatec, ein tolles erstes Produkt in unserer 5 Euro Megashow und mega geht's weiter. Ja, ich würde sagen, wir zögern nicht lange, sondern wir buzzern einfach. Was haben wir denn da? Oh, Speicher! Oh, das braucht jeder Haushalt mehrmals. Also wer braucht Speicher nicht heutzutage? Ja. Ja, 32 GB und eine tolle Markenqualität. Und dann ganz ehrlich, Speicherplatz ist so wichtig heutzutage. Wenn Sie schon mal vergessen haben, Backup zu machen und Ihr Computer ist abgestürzt und auf einmal waren Daten verloren, das ist mir schon so gegangen. Und das ist so frustrierend. Es kann richtig traurig sein, wenn da wertvolle Bilder weg sind oder Musik, die Sie jahrelang zusammengesammelt haben. Speicherplatz im digitalen Sinne ist so wichtig. Greifen Sie da mehrmals zu, Sie dürfen bis zu fünfmal. 32 GB für fünf Euro ist auch ein Megaschnäppchen, finde ich richtig gut. Ich werde mir auch ein paar bestellen. Hausarbeiten, Schularbeiten, auch hier für die Kinder oder für die Enkel, wirklich auch ein gutes Geschenk, kann man immer, immer gebrauchen. Und man hat ja auch den Adapter dabei, wenn Sie das zum Beispiel dann auch in Ihre Kamera reinmachen wollen, Ihre Fotokamera. Also das ist sehr nützlich und Speicher braucht jeder eben nur mal ein Backup zu machen oder zum Beispiel dann eben auch mal, wenn Sie Fotos oder Videos weitergeben möchten, jemanden weitergeben möchten, da macht das Sinn. Sollte jeder zu Hause haben, gerade wenn Sie auch Schüler, Studenten zu Hause haben, ist das ideal für kleines Geld. Und es ist Markenqualität von Intenso, da macht man ja eh immer alles richtig. Und da ist es eben ganz wichtig, dass Sie hier zugreifen für fünf Euro. Ja, das macht auf jeden Fall. Wir sind auch unsere Überwachungskameras und es ist gerade so ein Hot Seller, also ein sehr, sehr gut verkauftes Produkt, da haben viele von Ihnen zugegriffen. Auch da gehört natürlich immer eine Speicherkarte rein, also Kameras kann man auch direkt in den Computer. Es gibt viele Möglichkeiten und Speicherplatz braucht man immer heutzutage, klein und groß. Auch meine Mama hat mittlerweile auch Kamera oder einen Laptop. Und wenn Sie die Sachen nicht speichern, das ist immer so traurig. PX-9965569 ist Ihre Bestellnummer zu dieser 32 Gigs großen Speicherkarte von Intenso. Markenqualität auch sehr schnell, Geschwindigkeitsklasse 10, Lesegeschwindigkeit bis zu 40 Megabytes in der Sekunde, Schreibgeschwindigkeit mindestens 10 Megabyte, also schnell, groß und von der Markenqualität eben ganz weit oben angesiedelt. Es macht Sinn, da mehrmals zuzugreifen für fünf Euro. Und das Kontingent, höre ich, schrumpft auch, minütlich, wenn nicht sogar sekündlich. Es macht einfach Sinn. Und ganz ehrlich, guck mal, das halbe Leben ist heute digital, wenn nicht sogar mehr, oder? Und das hast du mir ja letztens erzählt, dass du dich geärgert hast, dass deine ganze Musik weg war. Ich glaube, da war mal irgendwas, was deine ganze Lieblings-Playlist verloren hättest du vorher mal ein Backup gemacht. Die 90er, die ganzen 90er waren weg. Die beste Zeit, die 90er war echt die beste Zeit, ne? Oh, aber echt. Jetzt geht's auch mal weiter mit dem Hier und Jetzt mit dem Buzzern. Die Moodis-Philosophie, was hast du in den 90ern gemacht, Anne? Ja, getanzt. Schlaghosen getragen, Schuhe mit solchen... In den 90ern hast du Schlaghosen getragen? Ja. Das ist ja spannend. Eigentlich habe ich das wohl in den 70ern gemacht, oder? Ja, in den 70ern war ich noch gar nicht auf der Welt. Ja, eben. Ich habe Schlaghosen in den 90ern getragen und Plateauschuhe und eine dicke Hornbrille. So, vielleicht bist du eine Zeitreise aus den 70ern. Und jetzt haben wir vom Horn zum Tritan eine Trinkflasche. Wow. Aber ich sehe, hier oben ist so eine Art Filter drin. Das heißt, da kann man dann auch eventuell frische Minze reinmachen. Oder auch vielleicht, was ich gerne mache, Rosmarin habe ich im Garten, kann man auch hier schön reinmachen. Und dann hat man so ein... Du hast ein Basilikum. Basilikum kann man auch reinmachen. Aber sag mal, was ist denn Tritan? Kann man hier reinmachen und dann hat man eben so ein Wasser mit Geschmack. Ist das hitzebeständig, kältebeständig? Was kann ich damit noch machen? Also es ist wirklich, wirklich fein, weil ganz ehrlich, ich liebe, frisse Minze im Wasser oder auch vielleicht Gurkenscheiben. Dass das Wasser, wenn man mal... Melonen. Ich habe keine Lust mehr auf Wasser, dass man so ein bisschen Geschmack auf natürliche Art und Weise zugibt. Und dann ist es natürlich toll transportabel, wenn man viel unterwegs ist. Man hat ja auch noch so eine Schließe, damit man oben auch dann, wenn man möchte, eben öffnet und trinkt. Also ein toll konzipiertes Produkt, muss ich auf jeden Fall sagen. Hier ist dann Ihr Filter und erklär mir mehr dazu, Anne. Also, da passen ganze 800 Milliliter rein und da kann man eben jedes Wässerchen aufpeppen. Weil irgendwann, das haben Sie sicherlich alle schon mal gehört, ich kann Wasser nicht mehr sehen, ich brauche ein bisschen was mit Geschmack. Egal, was Sie gerne möchten, schmeißen Sie da rein. Ob es die frischen Himbeeren sind oder Erdbeeren oder Melone oder Pfefferminze oder Zitronenmelisse, Kräuter. Sogar, die schreiben hier sogar Gemüse. Also da kannst du alles reinpacken. Und da macht man das natürlich auch für die Kinder appetitlicher. Die müssen ja immer so ein bisschen ausgetrickst werden. Wenn das Wasser rot ist, ja zum Beispiel durch die Himbeeren, dann ist das für die Kinder natürlich auch viel interessanter. Hier 800 Milliliter, BPA-frei das Ganze, also ohne diesen schädlichen Kunststoff. Man hat den Trinkschnappverschluss, die Silikondichtung, damit auch nichts ausläuft, damit man das den Kids auch mal an die Schule mitgeben kann. Also ich würde gleich mehrfach zugreifen. NX 8873 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Ja, ich finde es richtig schön, weil ganz ehrlich, wir wollen ja auch alle ein bisschen uns, ja sagen wir mal, gesünder ernähren. Auch die Kids so ein bisschen umlenken, nicht immer hier Cola und süße Getränke trinken. Damit kann man sich so ein bisschen inspirieren, wirklich mal vielleicht Wasser zu trinken mit einem natürlichen Geschmack. Minze, Gurke, von mir aus auch Erdbeere, Himbeere, Zitrone. Kannst ja Orange reinmachen, Diana. Egal, alles Mögliche kannst du reinmachen, dann musst du mal machen. Ist wirklich fantastisch. Ich würde Minze reinmachen, du? Ich auch. Oh, dann sind wir mal bei der Minze. Check it, 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 check it. Schmuck? Hast du Schmuck mitgebracht, Diana? Mm-mm. Ich glaube, das ist bestimmt so ein kleiner Stick. Ein Stick? Ach nee. Nee? Uh, das ist richtig praktisch. Sind Sie auch jemand, der immer seinen Schlüssel sucht? Oh, das geht mir genauso. Und dann rennt man rum durch alle Etagen und guckt da am Schlüssel. Ja, jetzt ist so ein digitaler Schlüsselfinder genau das Richtige. Da drückt man drauf und dann gibt es einen Signalton und Sie können schon hören, wo wieder dieser Schlüssel liegt. Es ist wahrscheinlich hier wieder in irgendeiner Jackentasche oder irgendwo zwischen die Couch gerutscht. Das ist sehr praktisch. Habe ich unserer Redakteurin, unserer AK, auch mal geschenkt und sie ist sehr, sehr dankbar dafür. Sie sagt gerade, oh ja. Das ist aber auch was Praktisches. Ich glaube, es ging jedem schon mal so, dass man den Schlüssel gesucht hat. Und hier hat man diesen Schlüsselfinder. Wie macht man das jetzt? Eins packe ich an den Schlüssel. Also hier, ne? Und wenn ich den dann suche, drücke ich hier einmal und dann macht das bestimmt irgendwelche Geräusche. Das klingt wie eine Einparkhilfe. Stopp. Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr hilfreich, wenn Sie auch jemanden kennen oder sich da selber wieder erkennen und immer wieder nach dem Schlüssel suchen. Es muss ja nicht der Schlüssel sein, es können ja auch andere Gegenstände sein. Ich würde mir das tatsächlich an meine Handyfolie hinten dran kleben, weil ich suche den ganzen lieben langen Tag immer mein Handy. Das weiß meine Mitbewohner sehr wohl. Die denken aber nicht schon wieder, dass ja nichts. Ja, irgendwas muss man halt den ganzen lieben langen Tag suchen. Aber diese Zeit kann man sich jetzt sparen, weil mit dem digitalen Schlüsselfinder oder ich würde auch nochmal sagen Gegenstandsfinder, weil man kann ihn ja überall dran klicken mit der Öse. Und dann findet man Dinge, die man eigentlich immer gerne verlegt. Viel, viel schneller wieder und kann sich diese Zeit sparen. Und ganz ehrlich, für 5 Euro ist das ein richtiges Schnäppchen. Ich habe das Doppelte damals ausgegeben und sogar noch ein bisschen mehr. Ist auch ein schönes Geschenk für jemanden. Wenn Sie vielleicht jemanden kennen, der ständig immer was verliert, wie Danny oder andere Kollegen, dann ist das natürlich auch ein schönes Geschenk. Der kleine Wink, dass derjenige immer was vergisst. Aber das ist toll, beziehungsweise nicht vergisst, sondern verliert. Vergessen, das ist mein Part, verlieren, das machen die anderen. Aber für 5 Euro, hör mal, wenn du einen Schlüssel verlierst und den Schlüsseldienst rufen musst, dann wird es richtig teuer. Oder den Schlüssel nachmachen lassen musst, ne? Ja, eben. Aber es gibt dann auch so ein bisschen so eine Ruhe. Und diesen Moment, diesen Schreckmoment, der kostet einem auch Lebensjahre. Und das ganze Suchen kostet einem auch vielleicht mehrere Stunden im Leben. NC 7417 und die 569 nicht vergessen. Das ist ihre Bestellnummer hier zu diesem digitalen Schlüsselfinder. Und der hat dann einen Signalton. Achte Sekunden lang piept der dann. Natürlich können Sie so oft auf den Knopf drücken, wie Sie möchten. Da kommt dann aber eine Knopfzelle rein. Das ist sehr, sehr hilfreich. Hat mir jetzt auch schon ganz schön viel Zeit gerettet, sozusagen. Und auch hier unsere liebe Redakteurin, die AK, ist sehr, sehr dankbar, weil sie jetzt auch nicht mehr immer ihren Schlüssel suchen muss, sondern pieps, sie weiß, wo er liegt, ne? Und pieps drücke ich mir einfach mal weiter auf unseren Wasser, oder? Pieps. Uh, es geht pink weiter. Uh, pink war ja bis heute meine neue Farbe, ne? Oh, okay, morgen wieder. Bye. Ui. Ui, 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 ui. Sehr, sehr sinnvoll, sehr hilfreich. Kommt jetzt wie gerufen. Oh, aber echt, gerade jetzt die ganze Pollenzeit, die ansteht, da muss man ja immer wieder, gerade im Auto, wenn die Sonne niedrig steht, da kennt man das, dann sieht man nichts mehr. Auf einmal ist es ganz, ganz verstaubt oder dreckig. Hier einfach die richtigen Sachen, zack, den Schlüpfer draufziehen, sozusagen. Und einmal, egal welche Fenster, ich würde es jetzt erst mal im PKW nutzen, weil die Scheibe ist andauernd dreckig. Aber man kann es natürlich auch zu Hause für jegliche Oberflächen nutzen. Ach, und ich sehe gerade hier, schau mal, man hat hier die drei tollen Aufsätze. Einmal hier die mit den Würmchen, würde ich mal sagen. Hier einfach mal schön ein Vlies. Und nochmal so richtig schön knuffig weich. Also auch, ich denke, so ein bisschen antistatisch wirkt das. Aber schauen Sie mal hier, da ist so eine kleine Vorrichtung drin. Und da können Sie direkt Ihren Spree drinnen parken, sehen Sie das hier, und dann direkt sprühen. Übrigens, das Tuch, was du liebevoll Schlüpper genannt hast, nennt sich Chenilgewebe. Wie? Chenilgewebe? Chenil? Ah, Chenil. Ach, Chenil. Weißt du, was Chenil ist? Chenil ist französisch und heißt Würmchen. Ich habe hier dieses Würmchen genannt. Chenil. Also wird geschrieben? C-H-E-N-I-L-L-E. Richtig. Chenil. Es ist ein französisches Wort, heißt Wurm. Na gut, dann haben wir noch ein flauschiges Wischtuch und ein kurzfloriges Poliertuch. Oder den Schlüpper. Welchen braucht denn unsere Kamera viel? Was meinst du, der mit den Würmchen oder dann lieber doch hier den da? Ne, ich glaube, der hier reicht. Guck mal. Das sind beide sehr nützlich, auch mal so für zum Beispiel Badezimmer. Guck mal, das Knie polieren. Wie, das glänzt schon so schön, aber ooooh. Mein Knie poliert. Aber das ist auch ganz nützlich für den gesamten Haushalt. Also nicht nur für Autoklass ist der verlängerte Arm, da bietet sich das an. Aber ich stelle mir das auch vor im Badezimmer, ne, für die Spiegel oder so. Auch mal Staub wischen, Bücherregal. Also vor allem die Fusseln, der Staub bleibt ja gefangen. Du kannst es immer wieder waschen in der Waschmaschine. Und man hat eben hier auch noch diese kleine Flasche. Da passen 30 Milliliter Wasser hinein oder eben Lieblingsreiniger. Ja, und das Coole ist ja, guck mal, hier ist so ein kleines Löchlein im Griff mit drin. Du kannst direkt, du hast Zugriff auf diese Sprühflasche und kannst direkt draufdrücken. Also wirklich cool konzipiert und alles im Lieferumfang enthalten. Das macht einfach Sinn. Die X82 17 und die 569 ist die Bestellnummer für unser Putztuch. Chöny. 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 Und wir hören gerade, unsere Speicherkarte ist sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat Frank zugegriffen. Lieber Frank, alles richtig gemacht. Und Danny macht es jetzt auch richtig, denn sie... Das krieg ich hin. Bastard. Hm. This is the greatest show. Halt. Chöny. 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 beim Nähen. Und hier, das ist wirklich fein, auch so eine riesen Sicherheitsnadel direkt mit dabei. Eine kleine Schere, eine riesengroße, schöne Nadel, auch wichtig. Ich weiß nicht, für was man das hier nutzt, aber ich lese gleich mal nach. Noch weitere Nadeln zum Nähen und hier eine schöne Farbkollektion an Garn und hier auch für die Knöpfe, Druckknöpfe, alles mit dabei. Ach, ich sehe, hier oben sind noch mehr von diesen schönen Sicherheitsnadeln. Das ist ja richtig fein. Hast du nicht letztens erst Sicherheitsnadeln gesucht? Ja, immer, immer, immer suche ich immer. Richtig. Ja. Und das ist natürlich toll. Hier hat man alles dabei, in dieser praktischen Reisegröße, in diesem unfassbar schönen Kunstleder-Etui. Da ist alles dabei, weil meistens hat man ja so einen Nähkasten, da schmeißt man alles rein und wenn man dann wirklich mal was braucht, dann ist es unterwegs oder im Urlaub. Hier haben sie alles dabei. Das ist auch eine Größe, das kann man immer mal in der Handtasche haben. Da würde ich echt mehrmals zugreifen, gerade auch mal unterwegs. Man kennt es unterwegs. Zack, Knopf ist von der Bluse ab und ist ein peinlicher Moment. Das passt wirklich überall schön. Oder im Hosenstall der Knopf. Wie bitte? Oder im Hosenstall der Knopf. Ja, dann, wenn die Kollegen dann immer dann gucken und man kichert und man merkt es vielleicht gar nicht, ist wirklich auch was für die Männer für unterwegs. Aber passt in eine gute Tasche, auch in meine Handtasche. Da würde ich tatsächlich mehrmals zugreifen. Auch bei uns in der Maske gehört das mehrmals hin, weil wir brauchen oft mal eine Sicherheitsnadel. Wirklich ganz fein. 59 Teile für 5 Euro. Wo kriegt man sowas schon noch, Anne? Kannst du mir das verraten? Hör TV. Also nur bei uns, würde ich auch behaupten. NX 55, 31 und die 5, 6, 9 ist ihre Bestellnummer. UVP liegt bei knapp 20 Euro und das finde ich schon wirklich einen guten Preis. Weil ich meine, guck mal, die Schere ist dabei. Diese 6 Rollen, äh, 12 Rollen an Garn, diese Nadeln, die sie da eingeblendet sehen. Auch hier dieses Maßband, dann noch mehr Sicherheitsnadeln, die große, fette Sicherheitsnadel, das sogar hier diese Stecknadeln und die kleinen Knöpfchen auch noch, wenn man da so Druckknöpfchen hat. Alles griffbereit, kein Suchen mehr und auch noch perfekt verstaut. Also das Mäppchen ist ja alleine auch schon. Guck mal, ich würde das, wenn du es alleine kaufen würdest, würdest du es noch nicht unter 5 Euro irgendwo kriegen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Deswegen hier zugreifen für unterwegs, für zu Hause mit Maßband. Also da ist alles dabei und alles griffbereit. Und griffbereit geht es auch weiter, denn der Basta steht auch schon griffbereit und wartet darauf, berührt zu werden. Und Danny hat den Preisalarm erbassert. Was bedeutet? Hier hat sich ein Produkt in die Sendung hereingeschlichen, was ihr gar nicht hineingehört. Deswegen kleine Ausnahme, nur ein Stück pro Bestell. Und Diana freut sich. Warum freust du dich denn, Diana? Das kann jetzt nicht sein. Wo kriegt man bitte ein Föhn, ich bin sprachlos, also ein Föhn, Entschuldigung, ein Haartrockner für 5 Euro, also sag mal, das ist ja jetzt falsch. Regie ist sehr falsch in der Sendung. Nee, nee, ist richtig. Ja, ja, das ist die Bügelpuppe, die da so. Aber da brauchen sie einen, und zwar, wir haben hier eine Reisebügelpuppe. Und zwar, das ist ganz, ganz praktisch gemacht und das ist nur so eine Puppe. Ja. Und da kann man jetzt die Kleidung dranhängen. Ja, und dann einfach hier unten den Haartrockner anschließen und dann wird das trocken gepustet. Schauen Sie mal, so könnte das auch sein. Ja, also einfach dann die Kleidung über die Puppe spannen, innen dann noch einen Kleiderhaken rein oder so eine Hügel. Dann hängt man das hin und dann kann man unten den Haartrockner anschließen und dann wird das warm gebügelt. Das ist ja der Wahnsinn. Aber perfekt für unterwegs, alle, das ist ja richtig cool. Weißt du was, aber das ist ja auch so eine Selle von der Größe, da passt ja wirklich auch ein Abendkleid drauf oder ein Cocktailkleid. Du hast sogar einen Anzug von einem Mann oder ein schönes Blüschen von dir, passt ja alles drauf. Und im Koffer verknittert ja alles. Man weiß ja, du warst gerade im Urlaub, ich wette, du hast dann da gestanden, hast gesagt, wie kriege ich dir jetzt hier die Falten raus und dann bist du mit dem Kleid duschen gegangen und hast dann hingelegt und hingehängt, damit es dann wieder im Wind getrocknet ist. Ja, genau so habe ich das gemacht, aber für fünf Euro ist natürlich der Knaller, weil das ist auch mal, man hat ja manchmal so Kleidung, wenn man die gewaschen hat und will die dann schnell wieder anziehen, weil man die braucht, dann kann, also dann trocknet das auch viel, viel schneller und gerade so für unterwegs, einfach den Koffer mitnehmen für das Hotel. Im Hotel hat man ja meistens auch einen Haartrockner, dann müssen sie den nicht mitnehmen. Das ist schon sehr nützlich, auch mal für so einen Sakko, um das wieder aufzufrischen oder zum Beispiel auch, wenn sie dann so einen Kleiderbügel haben, können sie dann auch in der Puppe Sachen trocknen, wie zum Beispiel mal BHs oder irgendwelche kleineren Sachen, Söckchen. Also es ist echt nützlich gemacht und das ist jetzt hier eben unser 2-in-1-Reisebügelpuppe, also es trocknet und es glättet gleichzeitig. Das ist wirklich fantastisch und ganz ehrlich, das passt ja wirklich jeden in jeden Koffer, weil es ist ja ganz, ganz klein und winzig. Schauen Sie mal auf Pearl, die kostet es knapp 13 Euro und das ist ja wirklich schon ein günstiger Preis, weil UVP liegt bei 50 Euro. Also das ist wirklich ein Schnäppchen vor dem Herren und wer kennt das nicht, man kommt an, alles ist verknittert oder man möchte etwas schnell trocknen und dann hat man gar keine Möglichkeit oder keinen Trockner. Hiermit können Sie trocknen und bügeln und es ist ja auch universell so gestaltet, dass jeglicher Föhn dran passt, auch eben solche Hotelföhns, wenn wir dann wieder unterwegs sind. Also praktischer geht es ja gar nicht, ne? Ja, praktischer geht es schon, deswegen passe ich. Und mit der The Greatest Show geht es weiter. Oh, meine Lieblingsfarbe. Oh, ach, das kenne ich noch von früher, aus Schulzeiten. Kennst du das noch? Ein Unisex-Brustbeutel mit RFID-Schutz. Wow, Reiseorganizer mit vier Fächern in Schwarz. Das ist ja praktisch, also man kennt die noch von früher tatsächlich, aber früher gab es das noch nicht mit dem RFID-Schutz. Das heißt, hiermit sind Ihre Daten, also Ihre Karten, die sich hier drin befinden, gesichert, weil heutzutage gibt es ja schon Technologien, die von Gaunern benutzt werden. Das heißt, die gehen einfach an Ihnen vorbei und können süps von Ihrer Karte alle Daten auslesen und Sie somit auch betrügen. Also die Konten können somit geleert werden. Aber wer will auch schon sonstige andere Daten gerne von sich preisgeben? Niemand. Hiermit schützen Sie Ihre, ja, jegliche Karten. Also ob es jetzt eine Krankenkasse-Karte ist, eine Visa-Karte, eine Master-Karte, eine jegliche Karte, ne? Und ganz ehrlich, was sind fünf Euro dafür, dass Sie Ihre ganzen Karten und Daten und Bankinfos, alles schützen, alles was da drin ist, kann nicht mehr einfach so ausgelesen werden? Also das mit diesem RFID, mittlerweile besitzen so gut wie alle Karten die kontaktlose Bezahlmöglichkeit. Sie kennen das vielleicht auch vom Supermarkt und der Kasse, legt man die Karte nur obendrauf, das ist dieses berührungslose Bezahlen. Und so funktioniert das, ne? Also normalerweise gibt es da eben Gauner, die können dann auch ihre Daten klauen, das muss jetzt nicht nur die Bankkarte sein, das können auch Daten sein, die auf ihrem Personalausweis sind, worüber dann über ihren Namen Verträge abgeschlossen werden. Also das ist ganz, ganz schlimm. Und da gibt es so eine kostenlose App, die kann sich jeder herunterladen. Ich bin, ich war damals wirklich geschockt, ich wollte das ja nicht glauben, dass es so einfach geht. Ralf hat das bei mir gemacht, der ist an meiner Handtasche vorbeigelaufen, alle Daten und seitdem habe ich auch so eine RFID-Schutz. Wahnsinn, sage ich Ihnen. Es ist wirklich ein tolles Zeitalter, in dem wir leben. Man kann also kontaktlos und schnell bezahlen, alles wird vereinfacht und leichter gemacht. Aber deswegen müssen wir auch unsere Daten auf unseren Karten schützen und das machen wir hiermit. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Brustbeutel eben mit vielen schönen Fächern, auch hier mit einer Klarsichtfolie, damit man selber auch dann schnell vorzeigen kann, beim Reisen, wenn man mal einen Pass braucht etc. Die ganze Familie am besten ausstatten. Ist ja so günstig bei 5 Euro. Sie dürfen hier auch 5 Mal zugreifen. Und die Bestellnummer dazu ist die NX 9443 und die 569. Und wir hören gerade, das Näh-Set ist sehr, sehr stark nachgewacht. Och Mensch, da guck mal, da hat unter anderem sogar ein Mann zugegriffen, der Peter. Alles richtig gemacht, lieber Peter. Ja, damit können Sie auch Frauen beeindrucken, wenn ein Mann auch mal selber einen Knopf annehmen kann. Ja, finde ich auch wichtig. Und da kann man ruhig sein Stolz behalten und es mal selber tun. Und ich behalte mein Stolz und tue es selber. Boom. Boom. Checkerlackern. Küsschen aufs Nüsschen. Ja, merci. Last Sieverborg von unserer Diana. Miau. Okay, das ist auch was richtig Feines. Wir haben hier gleich, uh, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier ein 3 in 1 Schnellladekabel und das ist ganz, ganz toll, denn normalerweise, wenn jemand fragt, hast du mal ein Ladekabel, dann heißt es zum einen immer, was hast du für ein Handy und das ist hier nicht mehr der Fall. Denn wir beginnen übrigens mit dem kleinsten, mit 30 Zentimetern. Hier haben wir alle Schnittstellen, sprich Mikro-USB, USB-C für die neueren Geräte und Lightning 8-Pin, also für die iPhone-Besitzer. Und da ist alles dabei und das Besondere ist hier auch die Textilummantelung. Das heißt, die Kabel gehen auch nicht so schnell kaputt, sind besonders langlebig, verknoten nicht so schnell und 5 Euro, ich bin begeistert. Ja, also ich bin begeistert, denn, ja, also ganz ehrlich, der Verschleiß an Ladekabel bei mir ist sehr groß und deswegen liebe ich eben gerade hier diese textilummantelnden Kabel, die gab es früher immer, die wurden in den 60ern, wurde alles textilummantelt, weil da ging es noch darum, einfach, dass es lange halten sollte. Also das ist langlebig und das Schöne ist, hier drei in einem. Man hat alle Möglichkeiten, alle möglichen Smartphones zu laden, auch hier eine Kamera kann man mit laden und es ist textilummantelnden, tolle, tolle Qualität. Also wirklich hier ganz fein für 5 Euro, sollten Sie zugreifen, auch wenn Sie nicht wissen, welche Smartphones die Kids haben, nehmen Sie das, weil eins davon wird auf jeden Fall passen, da sind Sie auf jeden Fall abgedeckt und dann ist auch hier vielleicht der Streit um die Ladebuchse vom USB nicht mehr so groß, weil wir haben hier drei Möglichkeiten auf einmal. 30 Zentimeter lang ist das Ganze und hat die Bestellung mal PX2458 in die 569, wir haben das aber auch noch in der doppelten Länge mit 60 Zentimeter, finde ich auch sehr, sehr nützlich, also wenn man dann zum Beispiel neben dem Bett liegt und dann mal laden möchte, also das ist schon super und das sind alles High-Speed-Ladekabel, also Schnellladekabel, die laden viel, viel schneller als herkömmliche Ladekabel. Ja und auch wieder Quick Charge, Lightning und Micro SD heißt es, oder? Micro USB, genau so, jetzt haben wir es und alles drei Möglichkeiten, man kann so drei dieser Geräte gleichzeitig laden, das ist ja das Tolle, Quick Charge auch, Wahnsinn und eben diese Textilummantelung, die ist ja praktisch unkaputtbar, das gehört in jeden Haushalt, mindestens einmal, da können Sie auch mehr mal zugreifen, würde ich auch tun, weil hier schrinkt das Contingent immer ganz schnell und ist dann auf einmal flupp weg und verpufft. Bestell nochmal von unserem 60 Zentimeter langen High-Speed-Ladekabel ist die PX2459 und die 569 und das haben wir auch nochmal in doppelter Länge, nämlich mit 1,20 Meter, das ist schon cool, gerade wenn man so irgendwie am Sofa ist und die Steckdose ist ein bisschen weiter weg und man möchte bequem auf dem Sofa weiter irgendwas machen oder am Auto vorne angesteckt, dann können die Kids hinten auch noch ein bisschen zocken, ich finde das cool. Ja, ich finde das auch total cool und ganz ehrlich, das hier, dieses 1,20 würde ich mir ins Auto legen, ah, das hier, da habe ich eine Steckdose in der Küche, das passt perfekt hin und das kurze habe ich auch am Nachtschränkchen, also ganz ehrlich, es passt einfach alles davon, weil die sind von der Qualität so top und wenn Besuch mal kommt oder die Kinder kommen, dann ist der Streit um die Steckdose nicht so groß, weil hiermit bedient man jegliche Smartphones und schauen Sie mal, alle Bestellnummern für Sie eingeblendet, jeweils 5 Euro und ganz ehrlich, normalerweise kostet ein reguläres Kabel, nicht Textil ummantelt und nur ein Stecker, ob es jetzt Mikro, USB ist oder Lightning, das kostet mehr als 5 Euro, also hier ist es wirklich ein Schnäppchen, da müssen Sie gar nicht überlegen, einfach bestellen, das lohnt sich. Und wir erbassern das nächste Schnäppchen, das hier im Schneeflöckchenkarton daherkommt, der hat ja auch jetzt wieder geschneit, ne? Oh, dritten und draußen schneit es, der Wahnsinn, der Wahnsinn, April, April. Oh, das ist auch was Tolles, eine Verteiler-Steckdose und einmal mit einem Euro-Stecker und zweimal USB, das ist ganz, ganz nützlich, weil immer mehr Geräte werden über USB geladen und hier haben Sie jetzt eben die Möglichkeit, dass Sie aus einem Euro-Stecker, einer ganz normalen Schuko-Steckdose, jetzt hier noch eine haben und dann zweimal USB, also drei Geräte, die Sie hier gleichzeitig betreiben und laden können und sowas kostet im Elektrofachgeschäft locker das Doppelte bis Dreifache, ne? Auf jeden Fall und ich finde es auch immer wirklich toll, dass die Designs, die wir hier immer anbieten, auch noch so gelungen sind, ja? Das heißt, wir haben trotzdem noch die 230-Volt-Steckdose, aber zusätzlich noch zwei USB-Lademöglichkeiten und wer kennt es nicht, bei mir im Haushalt so drei Mädels, ey, ich brauche die Steckdose, ne, ich und jeder hat so seine Lieblingssteckdose, Steckdose bleibt frei und man hat zwei USB-Möglichkeiten zu laden, ist einfach eine tolle Sache, wer kennt es nicht? Also der Streit um die Steckdose, oh, lästig, damit ist es halt schon so mit elimiert und man hat mehr Frieden im Haushalt und es sieht trotzdem schön aus, richtig schön rund konzipiert, eine runde Sache und das für fünf Euro, wie du sagtest, im Elektrofachgeschäft sieht man es so um die 19,95, würde ich immer sagen, nee, nee, hier einkaufen jetzt. Sie können auch bestellen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 51 51, dreimal die vier, war das richtig, die neue? 0800 1 bestellen, so oft wie Sie wollen anrufen pro Tag. Machen Sie das. Und hier jetzt bis zu fünfmal zugreifen, weil man hat ja mittlerweile überall Geräte, die geladen werden müssen, ob es in der Küche ist, im Badezimmer, im Schlafzimmer, im Gästezimmer, Arbeitszimmer, das sind ja schon dann fünf Plätze oder vielleicht auch fürs Kinderzimmer auch immer mehr, ja, die Kinder laden ja auch ihre Handys oder Computer, der betrieben wird, dann sie vielleicht hier noch für einen Staubsauger. Wenn Sie jetzt zum Beispiel staubsaugen möchten, ist dann trotzdem nicht die Steckdose belegt, sondern man kann trotzdem noch zwei weitere USB-Geräte laden, ob das das Handy ist, Tablet, PC, E-Book Reader, mittlerweile werden ja immer mehr Geräte über USB betrieben, unsere Überwachungskameras, Zahnbürsten, Reiserasierer gibt es ja mittlerweile immer mehr Geräte. Also es ist schon richtig, richtig nützlich, reichen Sie jetzt zu, weil wie gesagt, für fünf Euro, das ist ein absolutes Highlight. Und apropos Kinder, da ist sogar eine Kindersicherung mit integriert. Die Bestellnummer dazu ist die PX2493 oder die 569, gleich mehrmals zugreifen, Sie dürfen ja bis zu fünfmal. Und schauen Sie mal, in der Steckdose ist richtig eine schöne, runde Angelegenheit von der Optik auch, passt auch gut am Boden oder egal wo, da kann man nicht genügend von haben, weil ganz ehrlich, Steckdosen, hat man so eine Lieblingssteckdose, wenn die besetzt, dann ist man so, und wenn man dann aber andere Möglichkeiten noch hat, weil sie es bei vielfältigen können, zack, drei Fliegen mit einer Klatsche. Hast du recht, Frau Michalski. So, Hände an den Wasser. Hände an den Wasser, jetzt. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hui. Oh, grün. Thank you. Oh, grün und grün im grünen. Was könntest du denken, wenn es grün im grün ist? Oh, nicht ablesen. Ich würde sagen, eine antibakterielle Kühlschrankmatte. Wahnsinn. Aber nicht nur eine. Fünf Stück an der Zahl. Also das ist mal jetzt richtig am Zahn der Zeit. Also ich habe jetzt erst gedacht, sieht aus wie so eine schöne Frühstücksmatte, Unterlage. Aber die sind antibakteriell, also irgendwie beschichtet. Genau. Also Gerüchte und Bakterien auf im Kühlschrank. Und ganz ehrlich, Bakterien, Viren, diese ganzen Sachen, die begleiten uns ja jetzt schon länger. Und das ist wirklich am Zahn der Zeit. Und man hat auch weniger Geruch dann wahrscheinlich dadurch. Und die Sachen werden auch haltbarer und vergehen weniger schnell. Ja, und so Konsum ist natürlich auch hier mittlerweile, dass man so viel wegwirft. Das ist ja auch schade. Somit werden die Sachen langlebiger und bleiben frischer. Und fünf Stück dieser Matten für fünf Euro. Wow. Wahnsinn, oder? Das antibakterielle Material schützt nämlich ihren Kühlschrankinhalt wirksam vor Keimen, die unangenehme Gerüche verursachen. Und sie absorbieren Feuchtigkeit. Und somit verhindert man Staunässe. Durch diese Staunässe werden dann die Lebensmittel natürlich auch schneller schlecht. Den schmeißt man sie weg. Und hier bleiben sie eben länger frisch. Denn ihre Kühlschrankmatten absorbieren Ethylengas und verlangsamen so den Reifeprozess von Obst und Gemüse. Und somit bleiben Tomaten, Äpfel und Kohlen länger frisch. Und das Schöne ist eben, es ist passend auch für jeden Kühlschrank. Du kannst diese Matten nämlich auch zurechtschneiden. Also zum Beispiel auch für das kleinere Gemüsefach. Also die Gemüsefächer sind ja meistens ein bisschen kleiner. Und gerade Gemüse und Obst verfällt ja und verdirbt auch sehr schnell. Dann kann man die sich auch passend zurechtschneiden. Das ist eine richtig feine Idee. Ich finde auch irgendwie diese Farbe, das Grün, mal so ein bisschen frisch belebend im Kühlschrank. Hier, liebe Grüße an den Reinhard. Er hat unter anderem auch zugegriffen. Hier gleich zweimal Schnellladekabel und die zwei in eine Steckdose. Passt zusammen. Ja, sehr clever gewählt. Das passt auch noch zusammen. Dann haben sie gleich, ja warte mal, aus einer Steckdose haben sie dann trotzdem drei Möglichkeiten. Und dann nochmal drei sind ja dann sechs insgesamt. Also das ist wirklich fein. Weißt du, was auch interessant ist? Unsere antibakteriellen Kühlschrankmatten kann man ja zurechtschneiden. Und somit sind sie auch ideal für Frischhaltedosen, Obstkörbe und Schüsseln und ja, einen Lebensmittelschrank. Das ist ja natürlich toll. Lebensmittelschrank. Also fünf Stück bekommen sie hier nach Hause. Ganz wichtig, nicht nur eins für fünf Euro, sondern fünf für fünf Euro. Und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 25 Euro. Da siehst du mal, das ist so was normalerweise auch unfassbar teuer. Also wir alle wollen weniger Lebensmittel wegschmeißen. Und da macht man hier schon mal mit den ersten Schritt mit. Es ist fantastisch. Die Bandbreite, die wir hier haben, ist wieder riesengroß und es macht alles sehr viel Sinn. Es macht auch Sinn, dass ich jetzt weiter war. Ja. Ja. Für dich, Diana. Shake it, shake it for Diana. Das ist auch was Tolles. Ein Viererset. Gießfrei Bewässerungskugeln aus Glas. Bunt. Wow. Sind die schick. Und sechs Zentimeter. Das ist ja mal, aber A ist es ja schon wie ein Deko-Highlight. Sieht toll und faszinierend und ein bisschen magisch aus. Aber man bewässert automatisch die Pflanzen und ich liebe es. Man hört es auch. Es ist Glas. Richtig schöne Qualität. Sehen die schön aus oder was? Die sind mundgeblasen und die sind eben schön dafür. Das ist so ein Bewässerungssystem für die Pflanzen. Ja, weil häufig entweder vergisst man die Pflanzen zu gießen oder hat einfach keinen grünen Daumen oder ist längere Zeit nicht da. Und das wäre schade, denn gerade Blumen sind ja heutzutage unfassbar teuer. Wenn du dann so eine tolle Pflanze hast, so eine Bananenpflanze oder so, die ja mal 50, 60 Euro gekostet hat. Und da ist es eben schade, wenn man die wegschmeißen müsste. Oder wenn man dann irgendwann mal wieder im Urlaub ist. Man will vielleicht auch nicht die Nachbarn fragen, ob die mal in die Wohnung gehen und Blumen gießen. Hiermit machen sie alles richtig und sie bekommen das Viererset für fünf Euro. Und nicht eine Kugel, sondern vier Stück. Ja, und weißt du was? Ich finde die so schön. Ich könnte die mir einfach so hin dekorieren. Stell dir mal vor, das in eine schöne Glasvase. Das sieht auch noch wirklich, wirklich stilvoll, grandios aus, muss ich sagen. Wirklich, wirklich schön. Da würde ich gleich mehrmals zugreifen und würde es dann farblich so abstimmen. Und witzig, dass so eine Bananenpflanze sagt. Ich habe eine Bananenpflanze geschenkt bekommen zum Geburtstag. Die sind sehr anfällig. Ja, aber die wächst gerade so schön. Die brauchen viel Wasser. Ja, ja, ganz viel Wasser brauchen die, richtig. Und ich sprühe die auch immer ein. Aber das ist natürlich perfekt, wenn du mal hier so eine Woche weg bist. Dann wird es einfach, aber hier bis zu 14 Tagen. Also du kannst tatsächlich 14 Tage lang abdüsen. Und dadurch wird dann die Pflanze bewässert. Also wirklich ein wunderschönes Set. Vier Stück an der Zahl. Vier Glasbewässerungskugeln. Tolles Dekoment für fünf Euro. Das ist der Wahnsinn. Also ich finde das wirklich, ich bin gerade auch noch im Mund geblasen. Du hast es gerade schon gesagt. Das ist doch wow. Also 75 Milliliter passt jeweils rein. Und die Farben Blau, Grün, Rot und Türkis. All diese kleinen schönen Dinger für fünf Euro. Wir schauen mal zusammen auf pearl.de. Schauen Sie mal. Knapp 12 Euro. Und das ist schon ein wirklich guter Preis. Also das ist wirklich schön, weil es nicht Plaste ist. Das ist Glas, Mund geblasen. Wirklich schön. NX 3202 und die 569 ist Ihre Bestellnummer dazu. Und da würde ich direkt mehr mal zugreifen. Kaufen Sie das ein für jemanden auch als Geschenk, wenn Sie mal Geschenke später brauchen. Das ist eine wunderschöne Geschenkidee. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich das Geschenk bekommen würde. Ja, vor allem man macht ja alles richtig. Pflanzen darf man ja auch nicht überwässern. Die dürfen aber auch nicht zu wenig Feuchtigkeit haben. Und hier wird eben das Wasser perfekt dosiert abgegeben. Und wir machen perfekt weiter. Das sind ja auch Lebewesen diese Pflanzen. Ja, mit denen soll man sich ja auch unterhalten. Ja, und klassische Musik spielen. Ja, und Alkohol mit denen trinken. Aber die Pflanzen besser nicht, oder? Na gut, den Alkohol trinke ich lieber alleine. Ich glaube, hierzu muss ich dann auch Alkohol trinken, ganz ehrlich. Damit man dann Karaoke besser singen kann. Möchtest du auch? Das ist ein Kondensator-Mikrofon mit Stativ für PC und Notebook. Und das ist ja cool. Für Voice-Chat oder Sprachaufnahmen lassen Sie das Mikrofon im Ständer und behalten Sie die Hände frei. Ideal für Live-Kommentare beim Zocken oder einen kleinen Plausch beim Surfen. Und für den Karaoke-Abend nehmen Sie das Mikrofon einfach in die Hand. Das ist ja echt cool. Ist das cool oder ist das cool? Einfach beim Klinkanschluss an die Anlage angestöpselt, fertig. Ja, das ist richtig cool. Schauen Sie mal hier. Und dieser, auf Englisch sagt man Tripod, also diese Ständer mit den drei Beinchen, das kennt man so von Kameras, das bleibt dann eigenständig stehen da, wo Sie es hinstellen eben. Wir haben ein ganz schönes, langes Verbindungskabel dazu noch, von Auvisio noch Markenqualität. Und dann können Sie ja entweder hier beim Chatten, beim Gamen, richtig schön gute Stimme eben übermitteln. Es ist wirklich cool. Schauen Sie mal, wie cool das aussieht. Ich finde das richtig genial. Und dann können Sie hier really cool sein und schöne Telefonate, Videokonferenzen und richtig schön einen... Ich finde, das macht direkt was her, so. Oder? Finden Sie es nicht? Ja, mal für so lustige Abende. Man kennt das doch selbst. Man sitzt mit der Familie beisammen. Viel kann man jetzt auch nicht machen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da macht man die Musik an und dann wird sie lauter und lauter. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da fangen alle an mit zu grölen. Weil man dann denkt, irgendwann hat man eine Stimme wie Beyoncé. Da klingt es eher wie Heino. Aber es macht Spaß. Man hat ausgelassen. Ja, das ist eben das Coole. Man hat Spaß dabei. Da, 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 da. Was soll ich denn mal singen? Ne, ich mach's lieber nicht. Ich tue es Ihnen nicht. My heart will go on. Was? My heart will go on. My heart will go on. Ich kann nicht mal den Text davon. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Es regnet ja im Moment und es schneit und das Wetterspiel verrückt. Ja, hier bei uns spielen die Preise auch verrückt. Denn das hier kostet für Sie jetzt nur 5 Euro inklusive dieses Tripods. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Ständer. Drei-Bein-Stativ. Drei-Bein-Stativ. Danke schön, Frau Koch. Ich hätte es nicht besser sagen können. ZX1504 und die 569 ist die Bestellnummer für unser Mikrofon mit Drei-Bein-Stativ. Und wir kommen hier übrigens von einer unverbindlichen Preisempfehlungshersteller von 30 Euro. Jetzt bei uns für 5 Euro. Das ist auch mal ein cooles Geschenk für die Kids, oder? Richtig cooles Geschenk. Ja, also da kann man sich ausprobieren mit. Da kann man mit rumspielen. Und wer weiß, vielleicht hört man dann von denen gegenüber, man hat eine richtig gute Stimme. Vielleicht wird da der nächste Sänger entdeckt. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Der nächste Moderator. Vielleicht der nächste Erklärber, der gefunden wird. Man weiß es nicht. Oder der nächste Buzzer-Meister. Ja, okay, das bin ich auf jeden Fall. Den müssen wir nicht finden. Den gibt es schon. Unsere Buzzer-Queen. Rrrr. Diana läuft irgendwie langsamer. Lassiv. 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 Läuft unsere Diana über die Hühne. Rrrr. Das ist auch was Nützliches. Backe, backe Kuchen. Ich habe es schon so oft fertiggebracht, dass der Kuchen bei mir nicht gelungen ist. Weißt du warum? Weil ich immer frei Schnauze backe. Soll man nicht machen. Man soll die Zutaten immer abwiegen. Ja, beim Backen geht es nicht. Ich weiß, beim Backen, das nimmt einem jegliche Backware nicht übel sogar. Also man kann beim Kochen improvisieren, mache ich auch immer. Beim Backen falle ich jedes Mal aufs Näschen. Es geht nicht. Man muss beim Backen genauestens abwiegen aufs Gramm. Und das ist nämlich hiermit möglich. Eine kompakte Digitalware mit Touch-Bedienung für Küche und Büro. Ja, vielleicht haben Sie ja die kleinen Goldbarren zu wiegen. Man weiß es nicht. Ich hoffe es für Sie. Bis drei Kilo. Hier wiegen Sie alles bis aufs Gramm genau. Und es ist auch schon ein schönes Design. So eine kleine Designwaage. Ob es jetzt tatsächlich zum Backen ist. Oder wenn Sie sagen, ich habe mich ein bisschen auf Diät gesetzt. Ich möchte jetzt mal nicht mehr als 250 Gramm etc. Essen davon. Oder auch mal hier. Wenn da steht 50 Gramm Gummibärchen, dann bleibe ich mal bei den 50 Gramm Gummibärchen. Okay, eins und vielleicht mehr. Aber damit können Sie wirklich genau wiegen. Und das ist nämlich das, was man will. So eine ungenaue Waage. Am besten mal raus entsorgen. Das kennt man ja von mir auch. Diese Waage habe ich mittlerweile eliminiert. Die ist entsorgt. Aber hier jetzt. Viele, viele Leute nutzen ja die Zeit auch zum Backen. Machst du es auch, Anne? Backst du sie zu Hause? Klar. Ja, auf jeden Fall. Ich probiere jetzt immer mal was aus. Ob es schmeckt, ist die andere Sache. Was denn? Du hast keine Pancakes und Muffins. Morgen bringe ich einen Kuchen mit. Habe ich gebacken, habe ich heute vergessen. Wirklich? Ja, einen veganen Kuchen für dich. Echt jetzt? Ja, ich mache keine Witze. Morgen kriegst du einen veganen Kuchen. Was ist das für ein Kuchen? Der heißt ein Love Cake. Und der ist ausschließlich mit Cashewnüssen, Kokosbutter und Mandeln und Datteln. Und den bringe ich dir morgen mit. Also ich habe ihn angeschnitten, aber morgen kommt er. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer. Sie sind alle meine Zeugen, dass die verfressene Kuchen morgen kuchen. Großes Indianer-Ehrenwort. Ich schwöre. Aber du musst drauf essen. Auch wenn der nicht schmeckt. Ja, auf jeden Fall esse ich den. Hat deine Waage auch eine Tara-Funktion? Eine Zuwik-Funktion? Ja, aber das braucht man auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Und das hat die, ne? Die hat das nämlich. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mal die Zutaten dazu rechnen. Sondern man drückt einmal auf Tara und kann eben dann die Zutaten in der Schüssel lassen. Und die ist so schön klein und schlank. Die kann man überall hinhängen. Und ich freue mich morgen auf den Love Cake. Ja. NC2412569 ist ihre Bestellnummer zu ihrer neuen perfekten, kompakten Waage. Noch eine schöne Sache ist nämlich, dass man die aufhängen kann. Du kannst die einfach weghängen an die Wand. Das ist toll, oder? Das ist richtig cool. Also gerade wenn man wenig Platz hat in der Küche. Oder die ist auch perfekt für so eine Küchenschublade, ne? Wo normalerweise Besteckfach ist oder wo auch so viel Krimskrams ist. Und übrigens hören wir gerade, unser Brustbeutel mit RFID-Schutz ist sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat Gerlinde zugegriffen. Liebe Gerlinde, alles richtig gemacht. Cool. Safety first. Und wir buzzern mal weiter, oder? Hau rein. Ich werde kreativ. Hier guck mal. Ich muss noch treffen. Ui. Ha. Hohohoho. Hohoho. Hohoho. Das nächste Mal buzzerst du für mich. Ne, das geht nicht. Uh. Purple, purple rain. Purple rain. Guck mal. Ich rede von Regen und ich würde auch nicht ausrutschen. Zack. So einfach kann es gehen. Wir haben hier eine rutschfeste Badewannenmatte mit Fischmotiven. Ist das süß. Wenn Sie jetzt eine Badewanne haben, Sie können natürlich auch mehrere Matten bestellen. Kann man mehrere nebeneinander oder hintereinander legen oder in die Dusche eine. Und das ist echt praktisch, weil gerade beim Duschen, wenn man da noch so ein bisschen Seife unter den Füßen hat, kam es schon zu sehr, sehr viele Unfällen. Ja. Da sind die kleinen Noppen. Ganz, ganz viele Noppen. Und nicht nur so zwei, drei große. Das kennt man ja. Hier sind ganz, ganz viele zahlreiche Noppen, damit die sich überall gleichmäßig festsaugt. Ich glaube, ich habe jetzt nicht die Zeit, die Noppen zu zählen, diese Saugnäpfe. Aber das ist wirklich wichtig, dass es da ganz viele kleine gibt, damit man gleichmäßig überall, ne, diese Matte sich ansaugt und man auch keine Bläschen drunter hat und nicht hin und her rutscht. Das ist wirklich süß. Und Fische, ganz ehrlich. Fische ist auch mal ein schönes Element. Jetzt holen wir weniger Reisen, holen wir uns aber die Fische in die Badewanne. Und es kann ja auch gefährlich werden, wenn man dann mal ausrutscht. Das ist schnell passiert. Hiermit stehen sie dann sicher in der Dusche, egal ob auf Seife oder Conditioner. Conditioner ist auch richtig rutschig. Kennst du das? Oh ja. Oh ja. Das macht nicht nur die Haare glatt und geschmeidig, sondern auch die Dusche. Aber das ist auch schön für Kinder, ne. Hat man so fröhliche Fischmotive. Ist was ganz Besonderes. Und hier geht es natürlich safety first. Ist ja nicht nur ab einem gewissen Alter, dass man da ausrutschen kann. Auch im jüngeren Alter. Das ist echt gefährlich. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man da irgendwie mit dem Kopf aufkommt, ist das hier sehr, sehr nützlich. Ich habe mir mal in Israel, bin ich in der Badewanne ausgerutscht und habe mir mein Schlüsselbein angeworfen. Was hast du denn in Israel gemacht? Ich habe da mal gemodelt und gearbeitet und gewohnt und gelebt. Also sozusagen. Und das Schlüsselbein ist alles wieder? Das Schlüsselbein. Ich habe eine Fraktur. Also eine Hair Fracture nennt man das. Haarriss. Haarriss. Genau. Also habe ich raus. Also ich habe nur gemerkt, man kann doch nicht mal atmen. Ich hatte zwei Wochen wirklich so, musste ich so ganz niedrig atmen, weil ich halt diesen Haarriss hatte. Und das ist, weil ich ausgerutscht war in der Badewanne. Also es kann schnell passieren. Hiermit rüsten Sie Ihre Badewanne oder Ihre Dusche auf, damit Sie nicht mehr ausrutschen. Ist egal in welchem Alter. Ich war jung. Ich war irgendwie so 25 und mir ist das passiert. NX 95 63 und die 569 ist die Bestellmer. Seien Sie clever, greifen Sie jetzt zu, damit Sie sich nicht Ihr Schlüsselbein brechen oder vielleicht in der Dusche ausrutschen. Das ist echt gefährlich, das darf man nicht unterschätzen. Und damit holt man sich auch den Urlaub nach Hause mit diesen witzigen Fischmotiven. Übrigens habe ich vorhin gelernt, dass Fische nicht pinkeln, weil die nicht trinken. Pinkeln nicht? Nein, weil die nicht trinken im Meer. Die hier drinnen die nicht? Nee. Weil die im Wasser wohnen, ne? Mhm. Habe ich vorhin gelernt. Echt? Hat mir Leo erzählt. Diana ruft uns zum Buzzern auf. Wir hören auf dich, Diana. Findest du unsere Geschichten nicht schön? Doch, doch. Sehr diplomatisch. Oh, jetzt gibt es Power auf Dauer. Nämlich mit unserem Power Bank. Power Bank. Die ist richtig cool, gerade so für Outdoor, für Frühling, für Sommer, für Leute, die gerne viel unterwegs sind. Draußen. Vielleicht auch wandern, spazieren gehen. Weil das kann man sich ganz praktisch an den Rucksack hängen. Es gibt ja auch Männer, die hängen sich alles an Gürtel. Die Größe kannst du dir sogar an Gürtel hängen. Ist ja auch nicht verboten. Und wir haben eben da das riesengroße Solar Panel, so groß wie die Power Bank eben ist. Und was ich noch genial finde, gummiert, spritzwassergeschützt, stoßgeschützt und zwei USB-Möglichkeiten. Also man kann gleich zwei Geräte auf einmal hier versorgen. Das ist doch was Feines, oder? Und die ist wirklich sehr, sehr robust. Sie hat hier eben diesen Bumper, also damit die eben auch für den Außenbereich gemacht ist. Sie ist spritzwassergeschützt, wie Danny gesagt hat. Und sie müssen, weil das ist nämlich das häufige Problem. Man hat zwar Powerbanks zu Hause, aber das Problem ist, auch die müssen ja geladen werden. Und die sind irgendwann leer, die vergisst man zu laden. Hier kann das nicht passieren. Wenn man die am Rucksack hängt, dann wird sie immer geladen durch das Tageslicht. Braucht auch keine Sonne. Tageslicht reicht ja vollkommen aus. Es sind hochwertige, monokristalline Solarzellen. Und mittlerweile kann das jeder gebrauchen. Ich würde sagen, nicht nur einmal, sondern auch gleich mehrfach. Ja, Wahnsinn. Und man ist natürlich dann komplett CO2-neutral unterwegs, weil man lädt ja per Tageslicht. Da ist nicht mal Sonne gefordert. Und die bestellen immer dazu die NX 1598 und die 569. Einfach hier, guck mal da, mit einem Karabiner an Rucksack hängen. Wenn sie auch so eine Familie hat, die gerne draußen ist, unterwegs ist, viel unternimmt. Das ist fürs Camping natürlich auch perfekt und voll im Trend. Ich überlege auch, ob ich nicht irgendwie campen gehe diesen Sommer. Das ist am sichersten, weil man weiß ja nicht wieder, wie die Restriktionen sich entwickeln. Und da hat man dann immer, immer Strom unterwegs und man ist erreichbar. Du weißt ja, Anne, wenn man nicht erreichbar ist, dann ist direkt Panik ausgebrochen. Man denkt, was ist mit Anne passiert? Oh mein Gott, hast du Anne gesehen? Ist sie da? Sie ist nicht mehr live. Hast du sie gesehen? Wo ist sie? Ich kann sie nicht erreichen. Ist doch so. Ja, das ist echt ärgerlich. Also gerade wenn das Handy leer ist oder hier eine Smartwatch, dann ist das super ärgerlich. Aber hier hat man den Strom zum Mitnehmen. Sie dürfen ja auch bis zu fünfmal zugreifen, weil solche Powerbanks sind normalerweise unfassbar teuer. Gerade auch gerne für die Kinder, für die Enkelkinder. Jeder hat ja heutzutage ein Handy und gefühlt ist das Handy immer leer. Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist es Wahnsinn. Und hier, wie gesagt, haben sie eine hochwertige Powerbank mit einer hochwertigen Monokristallinen Solarzelle. Es heißt Tageslicht reicht hier vollkommen aus. Weißt du gerade, wie viel Prozent dein Handy gerade hat? Bitte? Wie viel Prozent hat dein Handy gerade? Meins hat zwölf, deswegen, ich muss es wieder laden. Wollte ich ja nur so sagen. Geht ja noch. Ich glaube, meins hat sogar noch weniger. Oh mein Gott, you're such a model, you girlfriend. Uh, sehr gerne. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Wow, okay. Anne, mach mal mit mir eine Nachtwanderung, komm hier. Nacktwanderung? Du und ich. Nachtwanderung. Ach so, schade. Aber wir können natürlich auch mal... Bist du so jemand, der gerne nackt wandert? Nein, nein. Ich wandere ja nicht mehr mehr, weder nackt noch angezogen. Nachtwanderung steht an. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man mal hier alle Hände frei haben möchte. Denn wir haben hier so eine perfekte Halterung, die man sich auf den Kopf draufsetzen kann. Ach komm, das ist immer eine letzte Sendung. Sehr, sehr schön, Anne. Und dann haben sie die Hände frei und können hier den Weg oder was auch immer beleuchten. Sie können auch arbeiten. In der Garage habe ich jetzt kein Licht, wenn ich da abends mal hier Öl nachfüllen möchte im Auto. Hier richtig schön. Können sie auch einstellen in der Höhe. Das ist wirklich toll. Aber eine Nachtwanderung mit der Familie mal machen, ganz ehrlich. Das ist doch fantastisch. Und guck mal, ich sehe gerade 2,50 Euro. Was? Das ist schon unser letztes Schnäppchen? Oh, schade. Schon das letzte Produkt? Das ist ja der Wahnsinn. Ist meine Lampe an? Ne, deine Lampe ist nicht an und deine Frisur ist zerstört, aber macht nichts. Was? Eine letzte Sendung. Das passt schon. Letzte Sendung. Boah, wir haben so nette Kollegen nicht. Mir wurde gerade gesagt, ich sehe aus wie Frankenstein. Nein, die sind alle nur neidisch. Du bist wunderschön, Anne, du weißt das. Aber die Frisur ist trotzdem zerstört. Aber guck mal, das ist der Einsatz unserer Moderatorin Anne. Du hast jetzt so kleine Elefantenöhrchen hinten. Oder Mäuschen. Sag mal, guck mal, Mäuschenöhrchen. Aber irgendwie ganz cool. Aber 2,50 Euro für eine Stirnlampe passt auf jegliche Köpfe. Sie kann sich dann tolle Frisuren machen, wie Frau Kosch. Also jetzt sagt der Regisseur auch schon, Gott. Echt? Ich finde es genial. Ich finde es richtig cool. So ein bisschen wie Alien Invasion. Ich hab dich lieb, Anne. Ich finde es toll. Ich finde auch die Frisur genial, ganz ehrlich. Also wenn es jemand tragen kann, dann du. Aber für 2,50 Euro, meine lieben Damen und Herren, müssen Sie zugreifen. Das hier ist eine Stirnlampe. Einfach mal aussehen wie Frau Kosch. Das kann man auch nicht alle Tage sagen. Das geht auch gar nicht so leicht. Weil, ganz ehrlich, den Look kriegt nur sie hin. Aber mal eine richtig schöne Nachtwanderung machen mit den Kids. 2,50 Euro pro Stirnlampe. Da können Sie die ganze Familie ausstatten. Oder Hände frei haben und damit arbeiten im Dunkeln. Genial. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich sehe das jetzt nicht nur bei der Nachtwanderung. Auch zum Beispiel, wenn man mal unter die Motorhaube schauen möchte. Oder wenn man abends mit dem Hund nach der Gasse geht und will die Hände frei haben. Oder zum Beispiel, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist es auch wichtig, dass die Hände frei sind. Mensch. Kannst du die Frisur bitte immer so tragen? Ja. Wahnsinn. Also hier für 2,50 Euro. Wo gibt es denn bitte sowas? So eine Qualitätsstirnlampe, verstellbar hier im Winkel. Können Sie auch in alle möglichen Richtungen umstellen. Für jegliche Kopfgröße. Können Sie sich gut aufsetzen. Auch für Kinder geeignet. Oder für richtig große Köpfe. Also ich bin begeistert. Die Bestellnummer brauchen Sie noch? Ja. Einmal ganz schnell. Die gibt es von mir. Die NX 9425 und die 569 für unsere LED-Stirnlampe. Mit 7 LEDs, 3 Helligkeitsstufen, 30 Lumen und 0,3 Watt. Unverstellbare Kopfgröße. Moment. Rufen Sie jetzt an 0800 51 51 und dreimal die Pio. Und bestellen Sie bequem online unter www.perl.tv. Das waren Ihre Highlights aus der The Greatest 5 Euro Megashow. Viel Spaß! Das war's. Das war's. Das war's.